Terracopy – Große Datenmengen schnell kopieren Sie kennen sicher das Problem. Sie wollen große Datenmengen kopieren und der Windows Explorer braucht eine Ewigkeit dazu. Oder Sie wollen zwischendurch einen Kopiervorgang pausieren, um kurzzeitig ohne Leistungseinbußen ein Spiel oder ein aufwendiges Programm ausführen zu können. Dann ist das Tool Terracopy genau das Richtige für Sie. Denn mit Terracopy kopieren Sie große Datenmengen blitzschnell von A nach B. Übrigens, Terracopy können Sie von der Webseite www.codesektor.com herunterladen. Folgen Sie dem unten angegebenen Link und laden Sie das Programm auf Ihren Computer herunter. Nach der Installation starten Sie die Anwendung. Nun zur Anwendung. Wenn Sie einen Ordner kopieren möchten, ziehen Sie diesen einfach mit der linken Maustaste in das Dateifenster. Mit einem Klick auf Mehr sehen Sie den oder die zu kopierenden Ordner inklusive dazugehöriger Dateigröße. Wählen Sie im nächsten Schritt den Zielort aus, indem Sie auf Ziel auswählen klicken und anschließend über die Schaltfläche Durchsuchen den Zielordner festlegen. Nun können Sie noch entscheiden, ob Sie die Daten an den Zielort kopieren oder verschieben wollen. Betätigen Sie je nach Wunsch die entsprechende Schaltfläche. Terracopy kopiert bzw. verschiebt anschließend die Daten in den Zielordner. Den Kopierfortschritt können Sie an den beiden Balken beobachten. Der erste Balken bezieht sich auf die aktuell kopierte Datei, der zweite Balken zeigt den Gesamtfortschritt an. Über die Schaltfläche Pause wird der Kopiervorgang jederzeit unterbrochen. Mit Fortsätzen führen Sie diesen zu Ende. Der Kopiervorgang kann auf Wunsch pausiert und zu einem späteren Zeitpunkt fortgesetzt werden. Auch bei Kopierfehlern schlägt sich Terracopy ganz gut und bricht den Kopiervorgang nicht vollständig ab. Durch die Integration in das Kontextmenü steht auch einer einfachen Handhabe von Kopiervorgängen nichts im Weg. Terracopy überzeugt durch schnelle und zuverlässige Kopiervorgänge. Es ist auch allen Fans des Windows Explorers zu empfehlen, da sich das Programm nahtlos in das Kontextmenü integriert und so kein Mehraufwand entsteht. Dafür vergeben wir in unserer Vidorial-Programmbewertung die volle Sternezahl.